Ja, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Bevor ich ins Thema von der heutigen Folge einsteige, wollte ich euch noch kurz darauf aufmerksam machen, dass gestern die Oase, meine Online-Community, ihre Türen geöffnet hat für unseren Sommereinstieg. Bis 21. Juni können neue Teilnehmer in die Oase einsteigen. Und falls du am Überlegen warst oder immer noch am Überlegen bist, hast du jetzt die Chance, in die Oase einzusteigen, die Oase auszuprobieren und zu schauen, ob dich das im Alltag unterstützen kann. Die Oase ist der Raum, wo ich mein Coaching-Angebot mit euch teile, wo ich eure Fragen beantworte, wo ich die Gruppe auf ihrem Entwicklungsweg unterstütze. Es ist ein sehr schöner und sehr wertvoller Raum und ja, ich sage am Ende vom Podcast noch mal mehr darüber, aber ich wollte auf jeden Fall schon mal euch darauf aufmerksam machen. Die Oase ist offen, die Türen sind offen. So, jetzt zum Thema. In den letzten Jahren habe ich mehr und mehr hier in meinem Podcast, aber auch generell überall in meiner Arbeit, auch in der Oase, mein Verständnis zum Thema Gott mit euch geteilt. Mit unterschiedlichen Reaktionen und Nebeneffekten, die das ausgelöst hat. Das hat für mich oftmals auch sehr viel Mut gekostet, mich zu trauen, dieses Thema auch anzusprechen, auch ganz direkt anzusprechen. Und ich bin der Ansicht, dass es total wichtig ist, dass wir eine neue Herangehensweise an das Thema Gott finden, dass wir weder in diese alte verknöcherte Art zurückfallen, wo man wirklich nur so alte religiöse Formen exerziert, ohne innere Verbindung dazu, ohne wirklich einen Kontakt wirklich im Inneren dazu zu haben. Ich bin aber auch der Ansicht, dass die vielleicht eher New Age oder Esoterik-Schiene nicht wirklich das Wahre ist, wenn tatsächlich es Bereich gibt, wo man denken könnte, Gott ist einfach nur eine Energie, die man anzapft oder man muss nur bestimmte Techniken lernen, wie so ein Taschenspieler, der so Tricks lernt. Und ich habe das Gefühl, wir brauchen jetzt einfach eine ganz liebevolle, einfache, persönliche Beziehung zu Gott, passend zu unserem Entwicklungsstand, passend zu unserer eigenen persönlichen Situation. Ich glaube, das ist total wichtig für uns Menschen. Und ich glaube, wenn wir das nicht haben, dann fehlt uns was Essentielles. Man könnte meinen, dass wir jetzt im Moment in einer Zeit leben, wo die meisten Menschen dieses Thema Gott abgehakt haben und sagen, nee, das ist was Altes, damit beschäftige ich mich nicht mehr, das ist abgehakt, das ist erledigt, auf zu neuen Dingen. Und meinem Gefühl nach ist der große Teil von dem Leid, was wir im Moment erleben, dass es so viele Menschen gibt, denen es psychisch so schlecht geht, so viel Hoffnungslosigkeit, Zukunftsangst, tiefe Erschütterungen auch in der Gesellschaft. Ich glaube, dass das zum großen Teil daherkommt, dass uns die tiefste Liebe fehlt, der tiefste Halt, die tiefste Geborgenheit, das tiefste Zuhause sein, ankommen, geliebt werden, was ein Mensch erfahren kann. Und nein, das ist nicht die Liebe von einem anderen Menschen, obwohl das auch sehr erfüllend sein kann. Das ist auch nicht die Anerkennung für unseren Beruf, obwohl das natürlich auch was Schönes ist. Es ist auch nicht, wie viel Geld wir haben, wie toll wir aussehen. Das sind alles schöne Dinge, das kann uns alles Freude bereiten und wir können für alles dankbar sein, dürfen das genießen, wenn es da ist. Aber es gibt diese tiefere Ebene, unsere persönliche Beziehung zu Gott, unsere Zusammenarbeit mit Gott, unser Zusammenleben mit Gott und unser Zusammengestalten und Erschaffen mit Gott. Und ich weiß es von mir aus meinem Leben, solange Gott im Hintergrund war oder ich von Gott abgewendet meinen Weg gegangen bin, ging es mir auf einer sehr, sehr tiefen Ebene immer schlecht. Und ich konnte alles Mögliche reinstopfen in mein Leben. Ich konnte diese Trennung oder diese tiefe Ebene, die mir da gefehlt hat, durch nichts ersetzen. Und ja, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, wow, Gott ist da und Gott existiert und Gott ist interessiert daran, mit mir und mit dir und mit uns allen eine persönliche, liebevolle Beziehung zu haben, die viele Facetten hat. Das ist eine liebe, liebe, ja, liebevolle Beziehung. Das ist eine Freundschaft. Das ist ein gemeinsames Arbeiten. Das ist ein gemeinsames Erschaffen, gemeinsam heilen, gemeinsam Abenteuer erleben, gemeinsam ordnen, verstehen, erkennen, lernen, wachsen. Da ist so viel Fülle in dieser Beziehung drin und ich habe gemerkt, wow, das gibt mir einen Frieden, ein Vertrauen, eine Erfüllung, eine Geborgenheit, einen Halt. Egal, wie die äußeren Umstände in meinem Leben gerade sind, natürlich finde ich es toll, wenn ich gesund bin, wenn es mir gut geht, wenn alles gut läuft, wenn alles sich toll entwickelt, wenn es den Menschen um mich herum gut geht. Natürlich freue ich mich über diese Dinge. Ich bin Mensch und ich lebe hier und ich bekomme mit, was hier auf der Erde geschieht und was in meiner direkten Umgebung stattfindet. Aber die Beziehung zu Gott gibt mir sozusagen einen Halt, der mich hält, wenn alles gerade gerade schön ist und erfüllend ist im Außen oder wenn ich gerade sehr leide und es mir schlecht geht und ich Herausforderungen begegne und Enttäuschungen und Dinge nicht so laufen, wie ich es gerne hätte. Da ist dann sozusagen immer ein Grundhalt, eine Grundgeborgenheit, eine Grundliebe, die ist immer da. und meinem Gefühl nach brauchen wir das als Menschen, um auch auf der menschlichen Ebene liebevoller mit uns selbst, mit anderen Menschen umzugehen, mit der Erde, mit den Dingen, die wir einbringen hier in unsere Welt. Ich glaube, das ist tatsächlich der, die Basis, das Fundament, was wir auch brauchen. Ja, und ich habe es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ich bin kein Fan von der alten Art und Weise, wie viele von euch vielleicht auch dem Thema Gott begegnet sind. Ich habe das natürlich sofort bemerkt, als ich angefangen habe, über Gott zu sprechen, da habe ich gemerkt, oh, das ist für die meisten Menschen kein unbeschriebenes Blatt, sondern mit viele Menschen verbinden damit, oh, jemand, der mich verurteilt, jemand, der mich ablehnt, jemand, der mich nicht mag, jemand, der mich beobachtet und meine Fehler auflistet und sozusagen immer so grollend von oben runter schaut, grimmig. Einige von euch haben auch in den Kommentaren dann immer auf die Podcasts hingeschrieben, oh, redest du von so einem bärtigen Mann, der oben auf der Wolke sitzt, ja, weil wir haben diese Bilder vielleicht von irgendwelchen Gemälden, die wir aufgenommen und gesehen haben und dann hat sich da so ein inneres Bild entwickelt und oft haben wir wirklich ein Bild, was geprägt wurde von Menschen, die eher eben diese äußeren Formen und vielleicht auch so einen äußeren Zwang uns beigebracht haben, aber nie uns geholfen haben, die Liebe Gottes zu entdecken und ich kenne so viele Leute, die Angst hatten, auch als ich angefangen habe, über Gott zu sprechen, die dann das Gefühl hatten, wow, willst du jetzt nicht mehr darüber sprechen, dass wir Liebe annehmen dürfen und dass wir Geborgenheit finden dürfen, willst du jetzt nur über Regeln und Gesetze und all diese Härte und Verurteilung willst du in diese Richtung gehen und ich wusste erst mal gar nicht, was meint ihr denn damit, was ist denn da los und habe dann so viele Geschichten gehört von Familien, in denen die Kinder einfach von klein auf so viel Druck und so viel Härte und so viel ja auch Kälte geradezu abbekommen haben im Bezug auf das Thema Gott und das hat mir richtig wehgetan und ich dachte wow ist das eine verrückte Welt wo etwas so Schönes wie die Liebe von Gott zu uns Menschen nicht erfahrbar gemacht wird für Kinder nicht es nicht möglich wird dass diese Liebe entdeckt und gefunden wird und sondern dass nur praktisch leere äußere Formen man abbekommt die ein wo man eben drin drin steckt oder sich drin vielleicht auch gefangen fühlt und natürlich wenn jemand in dieser tiefen Liebe und in dieser tiefen Beziehung zu Gott dann ja äußere dem auch eine äußere Form gibt das finde ich wundervoll aber ich finde es braucht immer Inhalt und Form und Inhalt und Form müssen irgendwie im Verhältnis stehen wenn es nur noch Form ist verknöcherte Form innen ist alles leer und eingetrocknet und nichts mehr ist lebendig das ist nicht okay das ist wie wenn man eine Ehe eine Ehe hat wo man nur noch die äußere Form lebt wir sind verheiratet ja wir machen irgendwie so nach außen hin auf verheiratet und jeder fühlt so seine Rollen aus aber Liebe und aufeinander zugehen und ja miteinander wachsen und sich auch miteinander entwickeln miteinander ringen nee nee das das alles nicht nur die äußere Form und ich glaube dass viele bei dem Thema Gott sich erinnert fühlen an wow nur eine äußere Form keine innere Erfahrung innerlich leer und außen eingeengt so und das ist tatsächlich etwas wo ich das Gefühl habe das ist sehr schade und wo ich immer nach Menschen Ausschau halte wo ich das Gefühl habe deren Herz ist ähm leuchtet oder da ist ein Feuer in ihrem Inneren eine Leidenschaft eine tiefe Liebe zu Gott und mir ist es dann weniger wichtig ob der jenige viel theoretisch weiß und alle äußeren Formen irgendwie perfekt in der Hand hat sondern das ist für mich in erster Linie wichtig weil wenn das fehlt dann ja ist wie eine Laterne ohne Licht drin ja da fehlt einfach die Essenz so und natürlich bin ich auf meinem Entwicklungsweg wie die meisten auch erstmal ziemlich in die New Age oder ja spirituelle nicht religiöse sondern nur spirituelle ja in diese Bereiche da reingewandert weil ich auch das Gefühl hatte das sind die einzigen Bereiche die wahrnehmen irgendwas geschieht im Moment auf der Erde irgendwas ist im Wandel irgendwas ist am Rumoren wir müssen uns damit auseinandersetzen wir müssen lauschen und wahrnehmen was passiert denn da allerdings habe ich dann eben auch da in vielen Bereichen und ich verallgemeinere jetzt mal wieder gnadenlos denkt dran dass ihr dann nicht in die Kommentare schreibt ja aber ich war in einer Gruppe und da war es ganz anders dass es mir klar dass es Ausnahmen gibt ich verallgemeinere jetzt und sage einfach dass ich oft in meiner Erfahrung gerade im spirituellen Bereich auch diese Abwendung von Gott erlebt habe oder sowas also so eine Abwendung von Gott wo man sagt okay wir brauchen nur die richtige Technik und wenn wir nur die richtige Technik haben dann finden wir den Weg alleine Gott das war gestern da haben Menschen noch gedacht es gibt Gott und haben sich versucht mit Gott zu verbinden und in Beziehung zu treten nee 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 das ist alles Schnee von gestern wir brauchen nur die richtige Technik und wir machen diese ganzen 15.000 Schritte Prozesse und Klärungssachen und alles und wir machen das und dann kriegen wir die Welt in den Griff und wir kriegen uns selbst und unseren Körper perfekte Gesundheit perfekte Fülle perfekte alles und da hatte ich immer das Gefühl das ist für mich dieses Einzelkämpfer Tum und diese Anstrengung und auch alles aus eigener Kraft heraus machen zu wollen und das da habe ich immer gemerkt die Menschen die das machen die wirken so gestresst so schrill so ich muss alles sein und ich muss immer toll sein und ich muss immer stark sein und das habe ich schon gemerkt das schaffe ich gar nicht das kann ich gar nicht das geht überhaupt nicht und die andere Seite wenn dann auch Leute vielleicht gesagt haben ja wir öffnen uns ein bisschen dafür für dass es irgendwas gibt dann hatte ich immer das Gefühl die sprechen über Gott wie über eine Energie die man anzapfen kann wie ein Feld oder ein Bewusstseinsraum oder irgendwas was man so anzapft und benutzen kann und was vollkommen unpersönlich ist vollkommen neutral und dann fand ich das auch immer schlimm dann habe ich gedacht wow das ist ein Gott der uns nicht sieht ein Gott der nicht mit uns spricht ein Gott der uns nicht liebt der keine persönliche Beziehung mit uns eingehen kann das ist einfach nur eine Energie oder irgendein sein oder irgendein ding oder irgendeine Ebene und ich fand das auch so leer und isolierend und ja trübsinnig und ich muss sagen dass ich auf meiner Suche und meiner Entwicklung dann tatsächlich immer wieder dahin gekommen bin zu entdecken Gott ist persönlich Gott redet mit mir und Gott will mit mir in Beziehung sein und auch wenn wir wahrnehmen können dass Gott diese riesige große Ebene der gesamten Schöpfung in der Hand hat und hält und trägt trotzdem gibt es diese Ebene wo Gott direkt mit einem Menschen in Verbindung stehen kann und in Kommunikation sein kann Gott hat Augen um uns zu sehen und hat eine Sprache um mit uns zu sprechen und da ist eine liebevolle und zärtliche und vielleicht auch spielerische und 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 ernst gemeinte Einladung da mit uns in Verbindung zu sein mit uns in Kommunikation zu sein ja und ja das war so das was ich entdeckt habe und ich fand es dann einfach schön das in meine Arbeit einzubringen und Leute damit zu überraschen ach so meinst du das wow ich muss jetzt also nicht irgendwie ganz verkrampft irgendwie irgendwelchen äußeren starren Sachen folgen und ich muss auch nicht irgendwie in irgendwelche neutralen Energien mich einklinken sondern oh du meinst wirklich diese liebevolle Beziehung wow okay und mir war es dann auch wichtig zu sagen hey guck mal in unserer Zeit in der wir leben da fallen ja im Moment die ganzen äußeren Formen weg die ganzen äußeren Strukturen vieles was uns auch Halt gegeben hat Sicherheit gegeben hat das zerbröselt gerade so ein bisschen und ich höre das immer wieder wenn Leute jetzt gerade auch nach der ganzen Zeit der letzten zwei Jahre Sachen machen die sie eine Weile nicht machen konnten wie mal wieder wegfahren Urlaub gehen zu Events oder größeren Sachen mitmachen dass sie dann zurückkommen und sagen es war nicht mehr so wie früher es war irgendwie komisch es war irgendwie leerer als vorher es war anders es war es ist gar nicht mehr so toll gewesen wie ich es in Erinnerung habe ich glaube dass im Moment der viel von der von dem Schwung von dem alten ja leer gelaufen ist und wir tatsächlich im Moment so zwischen den Welten stehen das Alte ist nicht mehr so wirklich prickelnd und lebendig und das Neue ist aber auch noch nicht wirklich etabliert oder wir sind noch nicht da vollständig wirklich auch angekommen und dann ist eben die große Frage in so einem Übergangsprozess was hält uns wenn die äußeren Formen in Transformation sind im Übergang sind in Veränderung sind was gibt uns Kraft was gibt uns Kraft auch wenn ganz tiefe Heilungsprozesse und Transformationsprozesse in unserem Inneren stattfinden was gibt uns denn dann neue Kraft was führt uns weiter was gibt uns Hoffnung wo 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 können uns festhalten und ja mein mein Gedanke oder meine Erkenntnis ist dass es tatsächlich nicht diese äußeren Dinge sind wo wir das finden sondern dass wir in unserer Beziehung zu Gott diese neue Kraft bekommen und diese neue Hoffnung und Ausrichtung und den Weg auch gezeigt bekommen und das Schwierige für uns auf der menschlichen Ebene ist einfach dass ich nicht zu jedem hingehen kann und sagen kann hey nimm doch einfach Gottes Liebe an und vertrau doch einfach auf Gott weil ich weiß es von mir selbst die heutigen Menschen haben oft gar keine Beziehung zu Gott gar kein Fundament auch für diese Beziehung und gar kein Zugang dahin und das ist dann so wie wenn man sagt hey flieg doch einfach zum Mond und dort ist es schön oder wow spring doch einfach zehn Kilometer in die Höhe und dann wird es doch schon super sein für dich das heißt mit Worten allein ist meine Erfahrung kann man nicht einfach jemanden sagen ja spring doch einfach in diese Beziehung rein weil die meisten Menschen dann sagen ich weiß nicht wer Gott ist ich weiß nicht wo Gott ist was meinst du denn wie in Beziehung sein wo soll ich wie soll ich wie geht das wie fange ich denn damit an was ist der erste Schritt ich habe keine Ahnung was du meinst und das ist so wie wenn man jemandem von etwas erzählt was der jenige vielleicht noch nie erlebt hat und erschwerend kommt da noch hinzu vielleicht hat der jenige negative Erfahrungen mit diesem Wort mit diesem Begriff Gott gemacht in Bezug auch auf andere Menschen und was die uns da so beigebracht haben oder aufgestülpt haben so und ich glaube dass es da tatsächlich auch wenn man ein bisschen in der Zeit zurückschaut schon auch Phasen gab wo wir innerhalb der Familien und innerhalb des Aufwachsens im besten Fall natürlich war es nicht überall so aber im besten im idealen Fall von klein auf mit Gott mehr in Berührung gekommen sind und ich will das jetzt nicht idealisieren wenn wir in die Zeit zurück gehen dann war früher nicht alles besser aber es ist tatsächlich so dass in der idealen Welt sagen wir es mal so da würden wir schon vor unserer Geburt in eine Beziehung zu Gott hineinkommen einfach nur dadurch dass wir eine Mutter haben die ganz ganz tief mit Gott in Beziehung steht die Gottes Liebe durch sich strömen lässt die ihr Herz offen hat für diese tiefe Liebe und die da einfach in Verbindung ist und dadurch wird ein Baby Mutterleib tatsächlich spüren wow da ist eine Wärme da da ist ein Halt da da ist ein tiefer Frieden da da ich bin durchströmt von etwas und ja da erwachen wir sozusagen in dieser liebevollen Atmosphäre und wenn ich das sage ihr wisst das bestimmt dass nicht jeder von uns das hatte die meisten von uns hatten das wahrscheinlich nicht die meisten von uns hatten vielleicht eine Mutter die sich sehr isoliert und abgeschnitten gefühlt hat oder vielleicht sogar gedacht hat nee das ist alles schwachsinn ich will mit nichts was zu tun haben ich konzentriere mich nur auf meine Probleme und auf meine eigene Überforderung und was bei mir alles so los ist oder ja und dann erwachen wir eben in dieser leere in dieser isolation und klar wenn wir jetzt in der idealen welt tatsächlich auch innerhalb der familie diese ordnung erfahren die zum beispiel die liebevolle beziehung zwischen unseren eltern und die liebevolle geordnete struktur in der wir aufwachsen all das gibt uns ein gefühl für die göttliche ordnung für die göttliche liebe für das liebevolle miteinander für überhaupt eine idee von liebevoller beziehung das kann doch erst entstehen wenn wir das außen beobachten können wenn wir darin aufwachsen und auch da die meisten von uns haben vielleicht was ganz anderes erlebt dass Menschen sich gegenseitig fertig machen ausnutzen gegeneinander agieren oder sich gegenseitig verlassen und alles sehr vielleicht schwierig und chaotisch war und ja ich glaube dadurch fehlt uns ein ganz tiefes Fundament es fehlt uns das Vertrauen es fehlt uns dass wir auch lernen oh wie richtet man sich auf Gott aus wie richtet man wie wendet man sich Gott zu wie macht man das das wenn man das nicht wenn man nicht damit aufwächst und erlebt ach wir machen das auch gemeinsam in der Familie ja wie soll man darauf kommen und vor allem wenn man in der Welt aufwächst die sagt ja Gott kannst du nicht sehen nicht berühren also gibt es ihn auch nicht ja wissenschaftlich erwiesen Stempel drauf Fall erledigt und ja dann wachsen wir einfach in dieser sinnentleerten Welt auf und ich habe neulich so schrecklich ich habe eine Dokumentation gesehen über Jugendliche in Amerika jetzt im Moment da ist ja auch einiges los und einige Themen sind am brodeln und einfach nur diese Jugendlichen sprechen zu hören die jetzt so ja vielleicht 18 19 20 sind und zu merken die haben gar nichts mehr bekommen an Fundament an tiefem Frieden an tiefer Ruhe an an die haben gar nichts mehr und die fühlen sich ja die fühlen dass ihr Leben wertlos ist und dass sie gar nicht hier sein wollen und dass die Welt furchtbar ist und verstricken sich dann in so einzelne Dinge und ich dachte wow das ist also ich meine für Jugendliche ist sowieso immer eine schwierige Phase der Entwicklung aber ich habe dann nur gedacht wow das ist also ja diese schöne neue Welt die wir entwickeln ohne Gott ohne dieses tiefe Fundament die ist wirklich nicht so schön die ist so dass viele Kinder oder Jugendliche dann sagen hey ich will gar nicht hier sein das ist zu dunkel wo ist der Sinn oder man verstrickt sich dann versucht den Sinn irgendwo außen zu finden im Aussehen und Schönheitsoperationen oder was auch immer Sexualität für die Jugendlichen da wird sich reingestürzt und heute aber nicht mehr meist nicht mehr wirklich sondern mehr über Pornografie und diese ganze auch ja diese ganze Maschinerie die da entstanden ist die wirklich die Jugendlichen da einfängt und festhält in ziemlich dunklen Dynamik in meinem Gefühl nach ja und eigentlich wäre es so schön wenn wir in der Kindheit einfach dieses Fundament diese grundlegende dieses grundlegende Vertrauen diesen grundlegenden inneren Fokus wenn wir den erleben würden um uns herum so dass wir auch dieses Fundament entwickeln und dann als Jugendliche können wir auf dieses Fundament aufbauen und dann selbst unseren eigenen Weg weitergehen weiterführen auf das Fundament bauen ich glaube aber die Jugendlichen heute stehen oft vor so einer Art Trümmerhaufen oder im Nichts und in ja im Chaos im Durcheinander natürlich auch da gibt Ausnahmen aber mich hat das als ich die Dokumentation gesehen habe ich gedacht oh wow das ist ja echt das ist das ist so ein Leid und so eine Armut so eine Armut das ist ja ist mir sehr nah gegangen die gute Nachricht damit es hier nicht ganz so deprimierend ist die gute Nachricht ist jeder von uns kann sich natürlich fragen wie viel von diesem liebevollen Fundament habe ich bekommen wie viel wurde in mir angelegt an Urvertrauen da ist eine Liebe da ich bin wertvoll ich darf mich Gott zuwenden ich bin hier erwünscht ich bin hier willkommen auf der Erde wie viel davon haben wir mitbekommen und was fehlt uns und die gute Nachricht ist wir können es nachträglich entwickeln und das ist tatsächlich meine Arbeit oder der Kern meiner Arbeit weil ich gemerkt habe eben ich kann nicht Leuten einfach an den Kopf werfen hey wende dich Gott zu das war's Fall erledigt sondern wenn ich es wirklich ernst meine dann muss ich mich fragen was sind die inneren Schritte die dieses tiefe innere Fundament entwickeln was uns überhaupt ermöglicht Liebe anzunehmen uns zuzuwenden in diese liebevolle beziehung rein zu wachsen und das ist tatsächlich hat mich zur Traumaheilung geführt hat mich dazu geführt an Bindungsfähigkeit zu arbeiten mit frühkindlicher Entwicklung viel zu tun zu haben und zu merken hey wir müssen uns da abholen wo wir stehen wir können nicht so viel Leid in uns haben so viel innere Kinder so viel innere Baby Anteile die alle sagen ich wurde nicht geliebt ich wurde nicht gehalten ich habe nichts bekommen und dann versuchen von oben runter von der Erwachsenen Ebene runter irgendwas zu erzwingen nein wir müssen am Fundament arbeiten wir müssen von null beginnen und sozusagen langsam langsam unsere Beziehung zu Gott im Alltag entwickeln manches muss heilen manches muss sich lösen von der Vergangenheit was immer noch uns einschränkt und zurückhält und ja so ist dann eigentlich auch die Oase entstanden weil ich gemerkt habe es ist nicht genug einmal für ein paar Wochen einen Online Workshop anzubieten oder ein Wochenend Seminar anzubieten weil diese tiefe 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 Heilung von unserer eigenen sage ich jetzt mal ja Menschlichkeit von unserem tiefsten Fundament von unserem Urvertrauen und auch unserer Fähigkeit mit Gott in Beziehung zu stehen das braucht Zeit das macht man nicht innerhalb von ein paar Wochen oder innerhalb von einem Wochenende sondern das ist ein langfristiger Wachstumsprozess wo man nach und nach und nach im Alltag immer wieder diese kleinen Elemente einbringt die kleinen inneren Schritte geht die uns eine ganz neue innere Haltung bescheren und in meiner Arbeit geht es wirklich sehr oft darum diese innere Haltung zu entwickeln die innere Haltung von die uns erlaubt zu vertrauen die uns erlaubt zuerst in diese liebevolle Beziehung uns einzuklinken und dann den nächsten Schritt in unserem Leben zu gehen und ja das ist für mich tatsächlich etwas was man im Alltag üben muss und was nicht reicht einmal in der Woche oder oder nur alle paar Monate mal sondern was wirklich wächst durch unsere tägliche Beschäftigung damit wie oft wende ich mich Gott zu und wie oft stelle ich Gott Fragen und wie oft lausche ich und nehme wirklich wahr dass Gott mir den nächsten Schritt zeigt und so viele Menschen haben so große Angst davor tatsächlich zu erleben dass es wirklich stimmt dass Gott wirklich mit dir in Beziehung sein will ja und viele Menschen sind einfach daran gewöhnt nein nein das ist ganz weit weg von mir und ich bin ganz unwürdig und wertlos und niemand will sowieso mit mir in Beziehung stehen und ah ich bin da vollkommen abgeschnitten davon und es kostet so viel Mut festzustellen wow da ist ein Ozean von Liebe und ein Ozean von Interesse und und Verständnis und Mitgefühl und ich kann lernen ein Teelöffelchen nach dem anderen Tag für Tag ein kleines bisschen von dieser unendlichen Liebe anzunehmen ein kleines bisschen von der Wärme und dem Interesse ein kleines bisschen und ich sage dann immer mit dem Augenzwinkern wie viel Liebe hältst du aus ja weil das ist gar nicht so einfach wenn wir außerhalb dieser liebevollen Verbundenheit aufgewachsen sind dann hat unser Körper diese Bahnen im Nervensystem oftmals nur teilweise entwickelt oder oder verkümmern lassen weil wir die nie gebraucht haben wir sind es dann mehr gewöhnt Ablehnung zu spüren Einsamkeit Leid Schmerz all diese Dinge und wenn wir uns Gott zuwenden und anfangen ja Liebe anzunehmen dann muss unser Körper erstmal umsortieren und sagen Moment mal das wollen wir jetzt fühlen okay soll ich da mehr Bahnen anlegen für Liebe Wärme Geborgenheit mich wertvoll fühlen mich gesehen fühlen wow okay und dann entwickelt sich tatsächlich eine ganz neue Ebene in uns das ist nicht nur ein Weg wo man Sachen mental versteht oder erkennt sondern wirklich auch wo man hineinwächst in eine neue innere Haltung neue innere Ausrichtung und auch wo auf der körperlichen Ebene sich unser System neu formt und neu organisiert von der Trennung zu einer liebevollen Beziehung die die Basis bildet für unser Leben genau und was ich so in den letzten Jahren erkannt habe ist dass die Oase in gewisser Weise ein Raum ist der das schenken kann diesen Entwicklungsraum schenken kann den wir vielleicht in der frühen Kindheit in der Familie in unserer direkten Umgebung nicht bekommen haben wo man sozusagen im Außen Raum findet wo man nachholen kann wo man nachnähren kann wo das Fundament nachreifen kann und ja ich denke diese liebevolle Beziehung zu Gott die ist das Zentrum die ist überall implizit mit dabei und neulich habe ich jetzt auch angefangen einen neuen Videokurs genau dazu aufzunehmen und der erste Teil davon ist schon in der Oase veröffentlicht weil mir das auch wichtig war das ganz konkret auch zu teilen aber das Schöne ist das ist der erste Schritt oder die erste ja also das Fundament aber auf diesem Fundament können wir dann erleben wow wie ist es wenn ich gemeinsam mit Gott in die Heilung gehe und Heilungsprozesse geschehen lasse oder Energiearbeit lerne oder mich für Schöpfung öffne Neues in mein Leben einlade oder mein Leben weiter entwickle und weiter ordne und wenn wir das nicht als Einzelkämpfer machen und total isoliert und abgeschnitten sondern wenn wir das aus dieser liebevollen Beziehung heraus machen das ist eine ganz andere Geschichte und ja auch dass unsere Bestimmung sich entwickeln darf ich glaube dass das auch wieder mehr in unseren Fokus rücken darf wir sind im Moment sehr beschäftigt mit Heilung und tiefen Prozessen aber wir dürfen auch nicht vergessen dass Gott jedem von uns eine Bestimmung mitgegeben hat und dass so wie eine Blume erblühen möchte auch in unserem Inneren diese Bestimmung sich entfalten möchte und ja ich glaube das ist einfach super ja für mich ist es ein riesiger Unterschied ob all diese Dinge Heilung Schöpfung Bestimmung Leben ob die auf dem Fundament einer liebevollen Beziehung zu Gott sich entwickeln im Einklang damit und unterstützt von dieser Liebe oder ob man das eben ja ohne Fundament angeht und aus eigener Kraft und Einzelkämpfer und ich muss es schaffen gegen die anderen und ich merke einfach dieses auf dem liebevollen Fundament aufbauen ist für mich sehr viel leichter und auch sehr viel erfüllender weil gemeinsam mit Gott machen die Sachen mehr Spaß und es bringt diesen Zauber dieses Schöne das was die Seele so erfüllt das kommt einfach alles dann mit rein in unseren Alltag in unsere alltäglichen Dinge genau und ja wie ich am Anfang vom Podcast schon erwähnt habe gerade im Moment ist die Tür offen von der Oase mir ist es immer wichtig dass die Oase auch so ein ruhiger Raum ist und ja wir da auch nicht ständig die Tür offen haben dass nicht ständig jemand Neues reinkommt sondern dass wir einfach zweimal im Jahr nur die Tür öffnen ganz bewusst und einen Schwung neue Teilnehmer willkommen heißen und ja ich weiß es für Leute immer wieder eine Herausforderung auch diesen Schritt in die Oase zu machen meisten die neu reinkommen sagen ich habe jetzt schon monatelang überlegt und ich traue mich jetzt und dann merken sie kommen an in der Oase und sagen es ist ja total nett hier und schön hier und es gibt sehr viel Inhalt in der Oase und das ist einfach so dass du da tatsächlich die Elemente finden kannst die dich jetzt gerade weiterbringen auf deinem Weg und ob das mehr das Thema Heilung ist oder mehr das Thema Schöpfung oder Bestimmung entwickeln oder ob du wirklich mehr das Gefühl hast ich muss erst mal diese liebevolle Beziehung entwickeln mir fehlt da so viel und ich will da ein neues Fundament schaffen für mein Leben auch für die Zukunft ich glaube das ist jetzt tatsächlich so während das alte bröckelt dass wir wirklich schauen müssen dass wir ein neues Fundament sozusagen unter uns haben auf das wir dann auch bauen können und ja wer Lust hat bis zum 21. Juni kannst du einsteigen es gibt ein Monatsthema was sich eignet zum Neueinsteigen und erst mal kennenlernen das ist total flexibel das kann jeden Monat auch wieder gekündigt werden und es gibt keine Mindest Laufzeit sozusagen das verlängert sich jeden Monat um einen weiteren Monat und du kannst sozusagen die Oase über das Monatsabo erst mal testen und schauen vielleicht einen Monat oder ein paar Monate was gibt es hier wie fühle ich mich hier wie kann ich das im Alltag für mich nutzen und für alle die länger bleiben wollen gibt es das kostengünstigere Jahresabo das läuft immer ein Jahr und verlängert sich dann immer um ein weiteres Jahr und ist eben umgerechnet günstiger ich glaube ich habe es mal ausgerechnet das Jahresabo ist monatlich kommt glaube ich irgendwie so auf 22 oder 23 Euro ich bin nicht so toll mit Mathe aber ich glaube so ungefähr und das wäre einfach eine kleine Sache die du dir gönnen kannst für mehr Unterstützung und es gibt natürlich auch neben all den Inhalten die ich einbringe neben den Live Webcast die regelmäßig stattfinden und uns ein Zoom treffen und allem was in der Oase los ist gibt es natürlich auch das Forum und viele von euch schreiben mir immer wieder per E-Mail Fragen und hören dann auch immer wieder von mir oder von meiner Assistentin Lea beantwortet keine Fragen per E-Mail sondern bitte melde dich in der Oase an weil für mich ist einfach so dass ich in der Oase mir ganz viel Zeit gebe und auch jede Woche von Montag bis Freitag wirklich konsequent da bin im Raum bin und Fragen beantworte weil ich immer denke es ist so schön da kann ich eine Frage beantworten und ganz viele andere Leute lesen mit können mit lernen mit wachsen und das ist für mich einfach eine sehr schöne Möglichkeit und unser Miteinander in der Oase in den letzten Jahren ist auch echt immer weiter gewachsen und bin ich bin gerne in dem Raum und lade euch auch gerne ein da herein zu kommen mal in die Oase rein zu schnuppern wer mag unter diesem Video wenn du auf YouTube unterwegs bist findest du den Link zur Webseite zu meiner Webseite wo du dich für die Oase anmelden kannst und wenn du den Podcast hörst dann findest du den Link zur Oase in den Shownotes und wenn du magst klick den Link an melde dich an und dann sehe ich dich schon bald in der Oase genau alles alles Liebe für dich danke fürs zu hören bis dann